Hey, weiter geht's mit Technik und Tempo. Oh, hier ist man den Scheiß, wir klicken, ey. So, 6 von 10, ähm, und weiter geht's natürlich im Technologiezentrum. Das ist bestimmt zu kotzen hier. Mhm, ein Elektro-Rennwagen. Äh, okay, 12 Zoll. Müssen wir mal gucken, was hier das Bette ist. 60 Kilowatt. Farbe und Aufwiel, was ist nicht, ist das egal. Bremsen ist auch schon egal, äh. Äh, Karosserie, ja, bestimmt wieder hier. Glasfaser, ja. In Raketenform, das ist wie gerade, ne Raketenform, äh. In einer Raketenform. Okay, also, okay, mehr brauchen wir nicht. Wird sich erleichtern. Mal gucken, ob es auch leicht ist. Bitte keine Magnetenrätsel, bitte keine Magnetenrätsel. Bewege das einfache Gerät an die Stelle, wo es eine praktische Anwendung findet. Überprüfe dann deine Antwort. Oh Gott, ich hab's doch übertrieben, das ist so dumme. Ja, schön, dass er an die ganzen Punkten schleift und reingeht. Ah, die muss man alle auswählen, ne. Da und da und da. Das ist so dumme. Also, übertreiben. Oh, einer ist falsch. Ja, dann eben hier noch hier. Und da. Stopp, ey. Da muss ich noch nie. Bananen. Ja, Bananen in der ersten Tür und gleich Bananen. Gei, gei, gei und... Drück alle roten Knöpfe zugleich, indem du die Kurbel drehst. Aber das Magnetenrätsel wird kommen, es wird kommen und mich holen. Und das war falsch. Scheiß Magnetenrätsel. Äh. Klappt jetzt? Uh, wer hätte das gedacht? Stumpf, verhölzerne Karosserie. Juuu, schlecht. Drück alle roten Knöpfe zugleich, indem du die Kurbel drehst. Rumpf, die PC ist hier anzuruckeln. Ist das Spiel etwa zu, zu, äh, Leistungsfressen für den PC? Ja, das ist so hart für den PC. Ich verstehe schon. Äh, hier hakt fest, genau. Das war klar. Klar, festmachen. So, der hakt ja nicht dran. Da geht das? Ja, geht. Dreht sich. Dreht sich immer noch? Nö, hier dreht sich gar nichts. Moin, kaputt. Noch dreht sich. Dreht sich immer noch? Ja, dreht doch. Ah, da inzwischen klemmen. Ja, dreht sich nicht, du Arsch. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und das ist scheiße. Äh, machen wir das Ding hier weg. Moin, Kleiner. Du sollst sein, du Arsch. Los! Geh doch. Eben so. Schätzchen. Äh, toll, in der Sackkasse. Äh, geheben hier durch. Los! Bring die Waage ins Gleichgewicht. Na, was geht jetzt noch? Ja, die müssen sich schon bei 5 anhängen, ne? Ich glaube auch 5. Ja. Das ist das gleiche Lage von letztem Mal. Suche zu den Energiearten die Bilder, die sie darstellen. Es gibt vier Paare. Prüfe dann deine Antwort nach. Ich glaube, so rum war das, ne? Das eine war potenzielle und das andere war kinetische. Und falsch. Okay, potenzielle war nicht bewegende, kinetische war die bewegende. Was mache ich da jetzt? Oh, so habe ich mich vertüppelt. Verstriegelt. Ja, ich weiß. Ja, schlug deine potenzielle Energie. Jo, freut euch. Freut euch. Ich habe die Schussstür geschafft. Und durch ihr. Hm, aber na. Schieß den Basketball in das blinkende Loch. Benutze dabei Sand, um die Reibung zu erhöhen. Na, machen wir es von der Bulle. Ich habe gesagt. Volle Bulle. Äh, hör mal rum. Ich weiß, wenn ich auf der anderen noch irgendwas war, aber egal. Suche zu den Energiearten die Bilder, die sie darstellen. Es gibt sechs Paare. Prüfe dann deine Antwort nach. Chemie, Chemie, Elektro, Elektro. Wo das sein, ist auch Elektro 9. Nein, Chemie ist falsch. Ist das ein Elektromotor da oben? Muss ja, ne? Na klar, der wird auch per Elektro gestartet, aber... Also ich guck's mir dir halt, das ist ja anders mit der Explosion. Differential mit einer Übersetzung von 2 zu 1. Was hat das am besten? Ich glaube 2 zu 1, ne? Ich hab's nicht nachgeguckt, aber ich glaube ja. Uuuuh, gleich die besten Sachen. Sehr geil, sehr geil. Gut, so viel. Na, 3 ist 5 und ich hab 5er. Äh, ich steh mich auch mal mal an. 4 Reifen mit 9 Zoll Durchmesser. 6, 12. Bewege das einfache Gerät an die Stelle, wo es eine praktische Anwendung findet. Überprüfe dann deine Antwort. Naja, der Arm bewegt sich an den. Ich glaube, ich muss sie auf die Arm packen. Ah, die Arm bewegt sich. Weg damit. Und, äh, äh, irgendwo so ein Gelenk, genau. Ja. Ah, falsch. Hier, das ist das Gelenk. Ja, der Bank hat ein Gelenk. Vier Räder mit Gleitlager. Ja, ja, ich brauch Kugelager. Glasfaser-Karosserie in Raketenform. Ah, ich wusste es. Glasfaser-Karosserie in Raketenform. Das ist immer das Beste hier. Ja, die Musik ist schön. Aber nur, wenn man sie für Babidou nimmt, dann kann es mal ab. Drück alle roten Knöpfe zugleich, indem du die Kurbel drehst. Nur kleine, äh. Da muss man ja nur einen richtigen Weg nehmen. Könnt ihr abzielen hier, was richtig ist, damit die sich in die richtige Richtung drehen. Ja, aber ich probiere es einfach aus. Okay, das ist schon mal falsch. Also, den oberen Weg. Komm her. Du nach oben. Du nach oben. Du nach oben. So, und hier geht er erst eigentlich nur noch von der Anzahl her. Ah, doch, wird auch nach der anderen Seite gehen, glaube ich. Ja, natürlich muss ich das. Damit genau die, äh, Zahnräder reichen. Ich hab. Stopp. Batterien mit 30 Kilowattstunden Energie. Suche zu den Energiearten die Bilder, die sie darstellen. Es gibt sieben Paare. Prüfe dann deine Antwort nach. Kernenergie. Mechanisch? Was ist da für mechanisch? Klickschalter wahrscheinlich. Meinen sie damit? Hier drin sind Lichtenergie. Ist auch noch Lichtenergie, nee, oder? Irgendwas ist auch falsch. Wir sehen gleich, was wir haben. Gott, ey. Ich stimme mich bei dem Spiel auch manchmal an. Na genau. Keine Kernenergie. Oder mechanisch ist nur da, mich zu verarschen. Kannst du mich nicht verarschen? Hier hast du entschuldigt die Energie. Hä? Ja, das ist alles Licht. Alles Licht. Stopp. Aber mechanisch nur für fünf verarschen da. Mich zu verarschen? Paare Energie? Bananen. Na, Bananen. Drück alle roten Knöpfe zugleich, indem du die Kurbel drehst. Hm, dann werden die... Rätsel ja auch nervig. Die Zahnrad-Rätsel. Man sagt ja, dass es nachher so wird, dass man eben viel hier rumprobieren muss. Okay, alles richtig. Habe ich hier noch zwei? Das habe ich nichts mehr. Alles gut. Äh, dann muss er hoch. Ich habe ein zweites Lager. Ich habe ein zweites Lager. Bewege das einfache Gerät an die Stelle, wo es eine praktische Anwendung findet. Überprüfe dann deine Antwort. Ähm, ja, der drückt gerade drauf, ist klar. Die zwei Dinger werden runtergedrückt, damit natürlich hier die Schneidewirkungen... Ja. Genau. Warum wollen wir nicht mehr da? Ja, ja. Batterien mit 50 Kilowattstunden Energie. Wollen wir gleich 60 groß? Bist du mit dir? Waaah. Schieß den Stiefel in das blinkende Loch. Benutze dabei Sand, um die Reibung zu erhöhen. Na, fast. Der Stiefel rollt ja eh schon scheiße. Nein, habe ich schon das Beste. Bananenbeek. 30, 50, 30 weg. Batterien mit 60 Kilowattstunden Energie. Äh, habe ich ja schon das Beste, ne? 12 habe ich ja. Bremsen. Bremsen, ja, habe ich auch schon. Blaue Farbe. Schätze, Farbe. Differenzial mit einem Übersetzungen... Oh, Gott, weiße, fahre ich auch ohne Farbe. Wie ist das langsamer? Rote Farbe. Ja. Renn Bienen aufkleben. Ja, geil, renn mich aufkleben. Verändere den Stromkreis, sodass die Lampe leuchtet. Benutze dabei den Schalter und beide Batterien. Na, warum geht's wohl nicht? Minus, plus, plus. Hä? Hä? Das geht ja nicht. Das geht ja so nicht. Plus, minus, plus, minus. Stromkreis. Tada. Maren. Juhu, Kugellager. Schieß den Basketball über die rote Rampe in das blinkende Loch. Ach ja, es gibt sogar noch rote Rampen. Oh Gott, diese Rampen gibt es auch noch. Oh, dreh durch, ja. Ja, die ist ja flacher. Seist, genau. Äh. Verändere den Stromkreis, sodass die Lampe leuchtet. Benutze dabei den Schalter und beide Batterien. Brauche ich beide Batterien. Scheiße, auf beide. Oder ist einfach eine, eine, die war mehr Energie brauche. Oh, steht die drauf? Äh, wie komme ich hier wohl wieder runter? Äh, nein? Nein? Ah, doch. Oh, doch, hier. Nimm ich runter, geh. Und, wie? Überstabbel. Ich weiß gar nicht, ich habe nur die Details, da habe ich alles. Vielleicht reicht es ja schon, mal gucken. Oh, Raketenform. 2 zu... Verdammt. Nein, 2 zu 1. Komm her. Scheiße, Alter. Oh, fuck. 2 zu 1, ne? 2 zu 1 war das Beste. Juh. Oh, komm, ja, Raketenform. Raketenform. Steht die Bremsen rein, auch wenn die wichtig sind für die Geschwindigkeit. Äh, hab's doch, ich schleife nicht. 50 Kilowatt. Kugelager. Also hier, 60. Die volle Pulle. Moin, Farbe muss doch sein. Rot, oder? Blau. Überblau. Oh, rennen wir auf, lieber. Ganz wichtig. Okay, dann mal los. Ab zum Rennen. Keine Hucke. Komm, ich habe nur einen Teil drin, was nicht so gut ist. Ansonsten, alles, alles ist das Beste. Oh, es gewinnt, du Penner. Es gewinnt, du Penner. Oh, viele Wienerarbeit. Das ist wirklich knapp. Ansonsten muss ich wieder ins Lager, und suchen. Go, go, go. Haha, geht. Nicht schlecht, Professor, du bist Zweiter. Ja, du bist Zweiter von zwei. Du bist verkackt. Ha, und wieder einen geschafft. Gut, Leute, wir sehen uns bei der nächsten Episode. Oh, ich habe mir jetzt aufgefallen, kein einziges Magnetenrätsel. Yeah, kein Magnetenrätsel. Geil. Scheiß Magnetenrätsel. Gut, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir hoffentlich wieder keine Magnetenrätsel haben werden. Ich gucke einmal nach, äh, Ton und Sprach, Tipps von Neue Spiele, wo war denn das nochmal? Äh, Aufgabenanpassung, na, das geht noch nicht. Darin muss ich irgendwo eingehen, aber nein, das halte ich mir für die nächste Folge offen. Gut, lebwohl habe ich schon gesagt, aber ich sage es nochmal, weil ich es so gerne sage. Lebwohl.